Ich bin die Magda und ich bin heute, wie man vielleicht am Rathaus hinter mir schon erkennt, in Weidhofen unterwegs. Hallo, wie bist denn du? Wir sind gerade am Pokémon fangen, wie immer, jeden Tag. Wie viel hast du denn schon? Ziemlich viel lang, ich habe vorher gerade die Arena da hinten eingenommen. Wo ist die Arena leicht? Da bei der Südpromenade, weil da hinten ist einer. Ah, ok. Ja, genau. Und mit meiner Schwester waren wir gerade unterwegs. Und, gefällt es dir da in Weidhofen? Ja, ist schon cool jetzt mit Pokémon GO. Es sind Urfühlerleins und es verbinden sich. Es werden neue Freundschaften geknüpft. Also, es ist super da in Weidhofen. Es ist wirklich super, ja. Wir sind jetzt gleich direkt bei den Waldrauben. Der Weidhofener Waldraubkäfig hinter mir zählt zu einer von den größten und modernsten in Europa. Hier könnte ich jetzt selbst ein Bild davon machen. Wir leben im Erlebnis von Tofe! Woho! 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 Vielen Dank.